Herzlich willkommen bei Möbeldesign Buchholz. Individuelles Wohnen umfasst unendlich viele Facetten der menschlichen Wünsche und Bedürfnisse. Gemütlichkeit, Wärme, Design, ökologische Gesichtspunkte und unterschiedliche Farbkonzepte. Wir haben Möbel für alle Bereiche des Lebens und erfüllen auch gerne ihren Traum vom Wohnen. Das Leben im Landhausstil bedeutet Gemütlichkeit, Wärme und Entspannung pur. Jeder Mensch hat ganz besondere Vorstellungen von seinen Wohnräumen. Skandinavien-Stil, Leben wie im Urlaub. Die Kultur-Mix-Möbel erzählen ihre eigene Geschichte. Die Natur- und Design-Möbel folgen dem ökologischen Gedanken. Mit Erfüllung ihres ganz persönlichen Traumes von Wohnen und Gemütlichkeit wird der Einkauf bei uns zu einem kleinen Erlebnis für sie. Mein Team und ich freuen uns auf ihren Besuch. Der Einkauf von Wohnen und Gemütlichkeit Der Einkauf von Wohnen und Gemütlichkeit Der Einkauf von Wohnen und Gemütlichkeit Der Einkauf von Wohnen und Gemütlichkeit